Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe der Sendung angekommen. Bald ist Weihnachten. Weihnachten ist ein Fest mit vielen Traditionen. In Deutschland kennt man es als Fest der Liebe und Besehnlichkeit. Hier wird ein heiliger Abend beschert. Die Geschenke bringen der Weihnachtsmann oder das Christkind. Aber wie feiert man eigentlich in den anderen Ländern? Dieses Thema wollen wir uns mit der heutigen Sendung widmen. Neben dem zermonialen Ablauf unterscheiden sich an Weihnachten vor allem das Essen und Geschenkrituale. Welche Weihnachtsbräuche in verschiedenen Ländern zelebriert werden und welche Speisen dort auf den Tisch kommen, darüber wollen wir uns heute mit meinen Gästen hier austauschen. Ich habe hier Marina Kowalczykowa. Sie kommt aus Slowakien. Mael Peron aus Frankreich. Iheoma Opasi aus Nigerien und Svetlana Chepaligina aus Russland. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Wir fangen mal mit Mael Peron. Hallo. Hallo. Grüß dich. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Und ja, ich backe hier Kekse. Du kannst auch mir dabei helfen. Gerne, gerne. Und wir sprechen, wie man in Frankreich Weihnachten feiert. Wann feiert man eigentlich in Frankreich auch Weihnachten? Ja, also es fängt immer am 24. Dezember abends an. Also das ist eine Feier für die ganze Familie. Und genau. Aber man, also die Familie trifft sich für ein paar Tage. Das heißt, es fängt am 24. Alle zusammenkommen. Genau. Und am 25. auch Mittag. Wir feiern auch gerne weiter. Oder wenn man eine große Familie hat, man kann während ein paar Tage die ganze Familie zusammenbleiben. Genau. Ist das ein religiöses Fest auch in Frankreich? Oder auch für jedermann? Also damals, das war sehr religiös. Also damals sind die Franzose immer zum Gottesdienst um die Mittelnacht gegangen und dann zurück zu Hause gegangen, um Geschenke zu öffnen. Und jetzt, es ist eine Feier für alle. Für alle. Genau. Also diese Vorbereitungszeit vor Weihnachten, Tannenbaum hinstellen oder Geschenke kaufen, stellt ihr überhaupt Tannenbaum auch? Ja, in Frankreich, ich denke, das ist ein bisschen wie in Deutschland. Tannenbaum ist wichtig. Genau. Zum Beispiel, meine Mutter kauft ihr Tannenbaum immer am 25. Dezember für ihr Geburtstag. Das ist eine Tradition bei ihr. Aber ich kenne auch Franzosen, die schon Ende November diesen Tannenbaum kaufen. Genau. Und welche Geschenke kauft man da auch? Für die Weihnachten, für die Familienmitglieder oder für die Freunde? Oder wer bringt, also hier in Deutschland bringt Weihnachtsmann, wie ich schon gesagt habe, oder das Christkind. Und wie ist das in Frankreich? Das ist das gleiche. Weihnachtsmann kommt irgendwann. Irgendwann. Genau. Und für die Erwachsenen natürlich Familienmitglieder schenken Geschenke. Zum Beispiel in meiner Familie, es ist immer, also Anfang Dezember oder November, wir versuchen zu wissen, was will was, zum Beispiel. Genau. Aber natürlich für Kinder, es ist der Weihnachtsmann. Das ist interessant für die Kinder. Genau. Und was wird da vor Weihnachten gebacken? Wir machen jetzt hier Plätzchen und in der Vorweihnachtszeit kann man hier überall hören, bei jedem Haus, auch in den Schulen, im Kindergarten, backt man ganz viele Plätzchen, Weihnachtsplätzchen. Was habt ihr so da traditionell, dass man so sagen kann, dass es in Weihnachten, vor Weihnachten gibt es bei jedem Haus in Frankreich? Ja. Ja. Also bei uns gibt es als Gebärk diese Büch de Noël. Büch de Noël. Büch de Noël. Also ein Büch ist eigentlich ein Stück Holz. Genau. Und dieser Büch ist aus Biskuit, Biskuitteig. Und dieser Teig wird gerollt. Und da drin gibt es eine gute Masse, gute Soße oder Konfitüre oder Schokoladesauce, je nachdem. Es ist gerollt. Okay. Und danach kommt eine Schokoladesauce mit einer Gabel. Die machen diese kleinen Zaschen von Holzrinden. Genau. Und am Ende sieht es wirklich wie ein Stück Holz aus. Aber das wird bestimmt auch lecker, ne? Genau. Sehr lecker. Das wird als Gebärk vor Weihnachten gebacken. Und am Weihnachtsabend oder am Heiligenabend, wann wird dieses große Essen, also Heiligenabend, ist ihr auch bestimmt mit Familie zusammen. Welches Essen, also typisches Essen für Weihnachten? Ja, also zum Beispiel, ich komme aus der Bretagne in Frankreich, da haben wir Austern, Meeresfrüchte. Genau. Wir essen gerne Austern. Als Kind, ich erinnere mich zum Beispiel, mir war Austern nicht so gut. Also ich habe das nicht sofort gemocht. Und deswegen habe ich lieber diese Pathé, diese Foie Gras, gegessen. Foie Gras ist dieser Gänsentopf. Leber, genau. Aber Austern ist schon ein Muss. Man kann Langustine essen. Also alle diese Meeresfrüchte als Vorspeise ist ein Muss. Und danach als Hauptspeise gibt es diese Kapun, das ist dieser kastrierte Huhn mit Maronen, Kartoffeln. Das ist auch eine sehr traditionelle Speise. Dankeschön. Und danach gibt es natürlich eine Käseplatte mit Butter mit verschiedenen Käse von verschiedenen Regionen. Das ist nur dieses Abendessen. Genau, genau. Oder habt ihr auch Weihnachtsfrühstück? Gibt es eigentlich Frühstück im Vergleich zu Deutschland? Das ist nicht so prägend in Frankreich, muss ich sagen. Zumindest zu Hause. Okay. Ich habe hier das erlebt, dass am Sonntag in Deutschland die Familie trifft sich gern zum Frühstücken. In Frankreich ist es nicht so. Ja, genau. Da trifft ihr euch zum Abendessen, habe ich so verstanden. Genau, ganz richtig. Habt ihr auch typische Weihnachtsspiele, wenn ihr abends zusammen mit der ganzen Familie zusammensitzt? Also, ich habe diese Wichteln hier kennengelernt und leider haben wir das nicht hier zu Hause in Frankreich. Und ich finde das auch eigentlich schade. Ich würde gerne das... Wichteln. Ja, Wichteln. Genau. Richtig. Schön. Kannst du mir sagen, welche drei Wörter, jetzt vielleicht hier so, auf einmal mit Weihnachten dich verbunden hat? Familie, Spaß und glücklich sein. Familie, Spaß und glücklich sein. Genau. Ja. Schön. Und Weihnachtsspaziergänge macht ihr auch in Frankreich? Also jetzt erster Weihnachtstag? Ganze Familie? Ganze Familie, das machen wir lieber am nächsten Tag, am 25. Wir gehen gerne zum Beispiel, meine Familie wohnt am Meer, wir gehen gerne am Meer spazieren zum Beispiel. Aber das ist nicht eine Tradition wie damals, für religiöse Gründe, wie man geht zum Gottesdienst zu Fuß, zur Kirche und kommt zurück danach. Das gibt es nicht wirklich in Frankreich. Aber wir gehen natürlich gerne spazieren nach dem Essen. Nach dem Essen? Nach dem Abendessen? Nein, am Mittag, am nächsten Tag, am 25. Achso, am ersten Weihnachtstag. Genau. Okay. Dann, ich schüttere jetzt mein Backblech. Ich bedanke mich bei dir und möchte gerne mit Marina weitermachen. Gerne. Hallo Marina. Ja, hallo. Hallo Marina, herzlich willkommen. Danke sehr für die Einladung. Dankeschön auch, dass du hier bist. Hast du was Schönes mitgebracht? Ja, es ist eine große slowakische Tradition, ganz eng mit Weihnachten verbunden. Und das habe ich gesagt, zwar wird das nicht gebacken, aber trotzdem sehr interessant. Okay, kannst du mal dazu was erzählen? Was ist das? Ja, gerne. Nämlich, slowakische Weihnachten sind voll von Traditionen. Das ist ein sehr traditionsreiches Familienfest vor allem. Feiert auch 24. Dezember? Ja, 24. es ist die Aufgabe von allen, sich zusammen zu finden als Familie, engere Familie, nicht Großfamilien. Und erst am 25. man trifft die große Familie und am 26. alle anderen Verwandten. Achso. So ist geregelt. Und an diesem wunderschönen 24. Dezember, die Familie fängt an mit großem Vorbereitungsprozess, so wie du jetzt. Okay. Nun, du machst nur Plättchen. Und in der Slowakei, die Familie kocht vor allem Suppe, und das ist Weihnachtssuppe. Suppe. Die Suppe unterscheidet sich entlang der Slowakei. In der Slowakei, das ist Sauerkrautsuppe mit Weihnachtswurst. Weihnachtswurst wird einige Tage vorher vorbereitet. Manche halten noch Schweine zu Hause. Und so ein Schwein wird geschlachtet vor Weihnachten. Und dann werden die Weihnachtswurstchen oder Würstchen... Also selbst gemachte Weihnachtswurstchen. Ja. Und dann natürlich schmeckt es sehr gut. Und diese Suppe wird vier Stunden lang gekocht. Oh, ganz normal. Es ist echt so ein Prozess, sage ich dir. Und dann kocht man die Suppe. Dann man kauft vorher einen Karpf. Okay. Und dann entweder batet ihn oder schneidet ihn in Stückchen und bratet. Und dazu macht man Kartoffelsalat. Und als Dessert kommt sogenannte Loksha. Ist auch voll von Bedeutung, weil da sammelt man solche Brötchen. Dann gibt dahin Mohn. Mohn signalisiert oder symbolisiert so Menge, dass du reich in nächstes Jahr reinkommst. Dann gibst du dazu Zucker, Milch, Brot, alles was man braucht. Aber... Und bestimmte haben auch bestimmte Bedeutung. Zucker, Milch... Für Liebe, Süßigkeit des Lebens. Nicht, dass wir immer so traurig sitzen und unter ganzen Problemen und Akzen. Gibt es bestimmte Zahlen, welche Lebensmittel drauf müssen? Bestimmte Zahlen? Nein, es ist polnische Tradition. Es gibt eine sehr bestimmte Anzahl von Gerichten. In der Slowakei, es ist ganz frei gelegt. Und fängt man dieses festliche Essen, festliches Menü mit diesem sogenannten Weihnachtsoplatten. Weihnachts? Man nimmt diese Oplatten, da ist die Kirche. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer sehen könnten. Es ist die Kirche abgebildet. Dann nimmt man ein Stück vom Knoblauch. Hast du hier so ein Messer? Oder soll man so... Ja? Ja. Dann nimmt man so ein... Ist das Reispapier oder Esspapier? Nein, es ist eigentlich Oplatten in der Slowakei und Tschechischen Republik. Die sind eng mit kirchlichem Leben sozusagen. Dort gibt es auch, man sagt, das ist das Gotteskörper. Das wird aus Getreide gemacht. Es ist kein Reis. Und so legt man diese schöne Oplatte als Symbolisierung von dem lieben Gott. Dann legt man diese ganze Knoblauch. Dann ein Löffelchen, Hönig dazu. Hönig symbolisiert Süßigkeit des Lebens. Weil, wie du siehst, in der Slowakei vielleicht haben sie ein ganzes Jahr so schwer gearbeitet. Und dann haben sie gesagt, dann legen wir ein bisschen Hönig dazu. Knoblauch symbolisiert Gesundheit. Ja. Und dann kommt das aus meiner Perspektive eine sehr wichtige Sache. Und das ist Apfel. Okay. Und da rechnen wir, wie viele Leute sind wir heute zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann müssen wir diesen schönen Apfel ganz genau auf acht Stücken teilen, damit wir uns beim nächsten Weihnachten wiederfinden. Das finde ich so gut. Das ist so eine Tradition. Okay. Und das isst ihr immer am 24. vor dem Weihnachtsessen? Ja, dabei muss man natürlich drei bestimmte Gebete aussprechen. Das ist Vater unser, Maria und der Heilige Geist. Und dann muss man ganz dieses Knoblauch essen. Dann folgt von dem Apfelstück. Okay. Das ist auch schon Gewohnheit. Ja, Gesundheit habe ich schon mitgewünscht, ne? Okay. Dann esse ich Apfel als Wünsch zusammenzufinden mit den Leuten, die heute beim Tisch eingesammelt haben, sprich mit den Familienmitgliedern. Und dann versuche ich diese Süßigkeit des Lebens auch so zu essen. Schön. Und mir zu gönnen. Wie ist das mit dem Weihnachtsbaum? Stellt ihr auch Weihnachtsbaum wie in fast allen anderen Ländern? Ja, ganz genau. Aber im Vergleich zu Frankreich, in der Slowakei, es ist ganz pünktlich genau am 24. Dezember. Also an welchen Tag? Die haben kleine Kinder oder nicht so große Kinder. Die haben eine große logistische Aufgabe. Die müssen am 24. Eltern fangen an mit Aufstellen von diesem Baum. Die Kinder dürfen nicht dabei sein. Ach so, das muss überraschend sein. Also man muss irgendwo sie rausschicken zum Kino, zu Besuch bei Freunden, weiß ich nicht wohin noch, aber die Kinder müssen verschwinden. Das soll für Kinder überraschend sein. Der Weihnachtsbaum wird aufgebaut, dann geschmückt und dabei muss man kochen, vorbereiten. Also ich denke, dass Eltern in der Slowakei haben was am 24. zu tun. Okay, wird Weihnachtsbaum geschmückt und dann kommt Familie, ist man zusammen. Dann kommen erst mal die Kinder, machen solche Augen, boah. Aber kein Weihnachtsbaum und plötzlich steht es, dieses Wunder von Weihnachten. Und in der Slowakei, vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, wird weniger kommerzialisiert und man versucht mit sogenannten Salonki, da sind Weihnachtszuckerchen geschmückt. Und mein Mann hat mir erzählt, dass seine Mutter hat diese selbstgemachte Schokolade in solche diversen Formen so reingegossen vorher, vorbereitet und dann, der hat solche Alufolie in diversen Farben gekauft, so selber umgewickelt und so aufgehängt. Und er sagte, diese Schönheit von diesen hausgemachten Utensilen, Schokoladen, Dekorationen war unvergesslich, dass er bis jetzt davon träumt. Und wir haben jetzt ganze solche Kugeln und dies und jeniges, trotzdem man denkt und erinnert auf diese einfache Schönheit von Familienfest. Ja. Habt ihr auch Weihnachtsspaziergang, jetzt erster Weihnachtstag, 25. also 24. macht ihr ganz viel. Was macht ihr am ersten Weihnachtstag? Wie läuft das? Erstmal, wir haben nicht zum Ende gesprochen, was machen wir am 24. Achso, okay. Am 24. als die Eltern diese großen Aufgaben gelöst haben, weil das Baum geschmückt, alles vorbereitet, zwischen sechs und sieben, setzt man zum Tisch, betet, dann ist diese schöne Platte mit viel Bedeutung. Und dann fängt die sehr wichtige Aufgabe, die Kinder müssen wieder nach draußen, weil nämlich kommt Christkind. Also in der Slowakei grundsätzlich kommt Christkind. Geschenke bringt einem das Christkind. Ja, und deswegen dürfen Kinder nicht sehen, was da gebracht wird. Alles wird versteckt. Und ich erinnere, als jüngere Frau mit kleineren Kindern habe ich wirklich ganz meine Fantasie angewendet, um auszudenken, wohin mit diesen Kindern und wie soll ich diese Geschenke unter dem Baum unterbringen. Es war wirklich nicht einfach. Jetzt hier in Deutschland mache ich das sehr gelassen und verstecke nichts mehr. Aber die Kinder sind... Genau, das wollte ich fragen. Was hat sich in Deutschland geändert? Jetzt feierst du auch hier Weihnachten mit slowakischen Traditionen oder auch ein bisschen mit deutschen Traditionen dazu? Es ist mit der Zeit. Ich bin langsam aber sicher hier fast 20 Jahre. Am Anfang haben wir sehr slowakisch hier gefeiert. Zum Beispiel am 24. ist schon ein Feiertag in der Slowakei. Und natürlich, niemand kann zu uns kommen am 24. Wir sind im Vorbereitungsprozess. Und da war ich sehr richtig überrascht, wieso klingelt ein Mann von Telekom und will etwas reparieren am 24. Das war für mich unverständlich. Was will er an diesem Tag von uns? Inzwischen bin ich so gewohnt. Trotzdem, wir versuchen, diese 24. diese Wunder von Weihnachten für uns als kleinere Familie beizubehalten. Und 24. ist weiterhin bei uns ein großes Fest innerhalb der Familie mit ganzem diesem Essen. Ich habe dir übrigens nicht erzählt, was da für diverse Möglichkeiten gibt es. Also diese Sauerkrautsuppe ist nicht unbedingt die einzige Suppe in der Slowakei. Aber das muss Weihnachten auf dem Tisch sein? Also Suppe muss unbedingt. Und westliche Slowakei zum Beispiel kocht Fischsuppe. Das ist unterschiedlich. Nur das Einzige, was bleibt. Der Baum wird an dem Tag aufgestellt. Die Kinder dürfen das nicht sehen. Das Essen besteht aus drei Gängen. Mit dieser Platte als eine Ofnung von diesem schönen Fest. Und dann müssen die Kinder wieder irgendwo draußen untergebracht werden, damit sie nicht mitkriegen, dass nicht das Christkind, sondern die Eltern das gekauft haben. Also die glauben noch an das Christkind oder an das Weihnachtsmann? Ein Christkind. Also Weihnachtsmann. Und der Slowakei ist nicht präsent. Und dann, als wir zurückkamen, wir beschenken einander, also die Kindereltern, die Elternkinder. Geschenken. Und das dauert sehr lange Zeit. Und eigentlich dann, erst dann gehen wir zur Kirche, zum Mitternachtsdienst. Am 24. Ok. Ja, und da ist ein sehr religiöses Fest sozusagen, zum Ende. Und am 25. Wie ich dir schon gesagt habe, besuchen wir eine größere Familie. Und am 26. vielleicht Freunde, Bekannte und so weiter. Welche Weihnachtstraditionen von Deutschland gefällt dir am meisten? Das ist eine gute Frage. Es ist wirklich sehr schwierig zu beantworten, weil in Deutschland vielleicht, das wird vielleicht nicht so auf die Kulinarie konzentriert, sondern mehr, dass wir uns zusammenfinden. Aber in der Slowakei ist es auch so, man gönnt einander den Kulinarischen Genuss. Trotzdem, man achtet darauf, dass wir vor allem miteinander, manche Familien sehen sich innerhalb unserer Familie. Zum Beispiel unsere Tochter sind in Düsseldorf, in Hamburg, eine jetzt in Berlin. Und wir treffen uns sehr oft erst zu diesem 24. Dezember. Am Weihnachten? Ja. Dann kommt man zusammen. Ja. Das stimmt. Danke dir für deine Interessante. Ich bedanke mich dafür, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe. Gesundheit, Glück und Liebe. Danke schön. Du hast ganz viel uns erzählt. Ich bedanke mich bei dir. Danke sehr. Und möchte gerne mit Svetlana aus Russland weitermachen. Sehr gerne. Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Vielen Dank für den Abend. Schön, dass du da bist. Und jetzt machen wir mit dir weiter. Ja. Ich hätte gerne erzählen über unsere Tradition. Ja. Wann feiert ihr Weihnachten? Dann fangen wir mal da an. Wann? Welcher Tag? Auch der gleiche? 24. Dezember? Ja, das ist das Wichtigste. Weil ich bin orthodox und wir feiern Weihnachten von 6. nach 7. Januar. Ach so. Deswegen hier in Deutschland fahre ich zweimal. Einmal 24., zweites Mal 7. Beide Weihnachten? Ja, natürlich. Das ist sehr wichtig. Ja, mit einer meiner Familie, evangelischer Familie, das ist meine Schwiegermutter, Schwiegervater, fahren wir ganz normal. Im Dezember? Ja, und bekommen wir Geschenke und natürlich Weihnachtstisch und alles Gute. Und dann das Orthodoxe. Ja. Weihnachten, das ist klar, eben glücklich. Und das feiert dann am 7. Januar? Ja, genau. Dann Weihnachtsbaum kommt auch am 7. Januar? Nein, natürlich. Ein bisschen früher stellen wir das auch. Und hier in Deutschland. Machen wir vor Weihnachten? Ganz normal. Weil feiern wir zweimal. Und deswegen, ja natürlich, das wäre sehr wichtig. Und ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit, das war sehr wichtig. Tannenbaum und schmucken. Und morgens Geschenke finden. Ach, das war natürlich etwas Besonderes. Besondere Zeit für Kinder. Und ich erinnere mich mit warmen Gefühlen. Das immer wieder in meinem Herz. Ja. Wer bringt da bei, sag ich mal, Orthodoxen am 7. Januar Geschenke? Ja, das ist, ich hätte gerne kurz erzählen. Das während, ähm, im Sowjetunion haben wir Weihnachten nicht gefeiert. Weil das ist, ähm. War verboten? Nicht so ganz genau verboten, sondern das war Land, atheistisches Land. Und, äh, natürlich fahren wir. Das war unsere Wurzeln. Das ist Tradition. Aber nicht so offen. Ja, natürlich. Unsere Oma, Opa, das etwas... So kleine Familie. Etwas Kleinigkeiten, ja. Und deswegen, äh, viele Traditionen waren verloren. Und jetzt offiziell, wir sind christliches Land. Und, äh, wir sind orthodox. Und fahren wir natürlich, äh, Weihnachten wieder. Und, das ist, äh, das ist ein bisschen schwierig. Haben wir, äh, große Pausen gemacht. Und viele, äh, viele Sachen vergessen. Verloren. Und jetzt sollen wir alles, äh, alles erinnern und wiederholen. Und was war dann? Warum? Und so und weiter. Und, das ist schade, aber, aber das ist so. Jetzt können wir zusammen das alles erinnern. Was habt ihr vor Weihnachten gebacken? Gebacken. Was? Ja, Weihnachtsgebäck. Das ist, äh, nichts etwas Besonderes. Natürlich, jede Familie macht was, äh, etwas am liebsten. Was? Gibt's keine bestimmte Gebäcke, das soll auf Weihnachtstisch, jetzt auf dem Tisch? Jede Familie hat etwas Besonderes, aber für eigene Familie, ja. Und zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Pranike. Ja. Pranike, äh, das ist wie... Leppkuchen. Wie, wie Plätzchen. Leppkuchen. Leppkuchen, genau. Aber mit Kräutern, ja, das ist sehr lecker. Und mit gut, das ist... Das macht ihr auch. Ja. Ja. Und, äh, dann, äh, zum Beispiel Kohlrouladen, und dann... Das ist schon Essen. Etwas, ja, für Essen, etwas, ähm, Schönes, Leckeres. Und, äh, soll ich dazu noch sagen, dass wir fasten. Von 28. Dezember bis 7. Januar. Deswegen, das ist nicht einfach. Und was darf man da nicht essen? Äh, Milchprodukte, dann Eier, ähm, Fleisch. Hat bestimmte Bedeutung? Ähm, das ist einfach Fasten, weil Weihnachten, das ist... ähm, große christliche Bedeutung. Das ist religiöse Fest. Ja. Und am 7. Dezember dürft ihr wieder diese Milchprodukte, Fleisch, äh... Ja, ja, natürlich, aber... Wieder essen. Wer habe ich natürlich Fasten, dann fange ich an, ein bisschen langsam. Ja, nicht alles zusammen. Ja. Alles. Ne, natürlich, ein bisschen, zum Beispiel Hen Hen, und, äh, noch etwas. Nicht sofort alles, ja. Und, äh, ich, ich, ich sage nie bis Ende, dass, ähm, während der Sowjetunion fahren wir natürlich, äh, nicht Weihnachten, sondern, äh, Jahresfest. Ja. 31. Dezember. Silvester. Ja, Silvester, das war der wichtigste Verein bei uns. Und immer wieder bei uns kommt Weihnacht, Weihnachtsmann mit Enkelin. Ach so. Bei uns, in unserer Kultur, Weihnachtsmann hat Enkelin. Das ist ganz wichtig. Äh, äh, und kommt zu Kindern immer wieder zu zweit. Immer zu zweit. Geschenk geschehen, immer wieder zu zweit. Das ist interessant. Hm, Weihnachtsmann und Enkelin, wo sind die Eltern? Und, ja, gibt es viele verschiedene Fragen. Warum, äh, allein, wo sind die Eltern? Von Enkeln. Von Enkeln, ja, von Schneemädchen. Und so und weiter. Wasientes. Och. Ja, aber ich überlege diese Frage und, äh, bei uns, in unserer Kultur gibt es eine schöne bekannte Märchen, wo äh, 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 wo älterer Oma und Opa bleibt allein, keine Kinder und möchte möchte Enkelin oder Kind finden, aber wo. Draußen haben wir viel zu viel Schnee und Und die macht Schneemädchen, ja, und deswegen vielleicht, dass sie es verbinden, ja, und bei unserer Kultur immer wieder zu zweit. Das heißt, im Russland bringt Geschenke auch Weihnachtsmann mit Enkelinn, ja, Schneemädchen. Das wird auch für Kinder, wie Marina schon erzählt hat, eine Überraschung. Ja, natürlich, das ist, dass alle Eltern bereiten für alles, das ist, welche Geschenke, das ist, ach, und besonderes kommt, am Abend kommt Weihnachtsmann mit Enkelinn und ein bisschen singen, ein bisschen spielen und dann Kinder bekommen Geschenke. Du hast schon am Anfang gesagt, du feierst auch deutsche Weihnachten wegen deiner Schwiegerelter. Und welche Traditionen, also deutsche Weihnachtstraditionen, findest du am besten dir, also Nähe am Herzen? Dass du auch das sagst, ja, das mag ich, ich möchte gerne das auch jetzt für immer machen und gebe auch an meinen Kindern weiter. Für mich, ich finde hier in Deutschland, die ganze Atmosphäre, die Weihnachtsmann ist sehr, sehr schön. Das ist etwas, etwas Besonderes, besondere Zeit, besondere, natürlich besonders, dass alle Kinder wartet haben, dass etwas, etwas Schönes, etwas... Dass alle zusammenkommen an diesen Tagen, die ganze Familie treffe sich. Ja, und diese Atmosphäre gefällt mir sehr, dass alle lehnen, das ist Weihnachtsmann, das ist Geschenke und geschmuckt, alles Bliebste, das ist schön. Wenn du Weihnachtsmann gesagt hast, habt ihr auch in Russland solche Weihnachtsmärkte oder Weihnachtshofe in Deutschland, hat man schon ganz viele, ne, Lambertemarkt, Weihnachtsmärkte... Jetzt einmal mehr, einmal weniger, aber vor der Revolution, ja, das war natürlich... Habt ihr auch solche Bazaaren gehabt? Ja, genau, Bazaar, verschiedene, jetzt ja natürlich auch ein bisschen, aber nicht so verbinden wie früher. Ja, Bedeutung, christliche Bedeutung und so weiter, das ist ein bisschen Business, mehr Business als atmosphärische. Und religiöse Bedeutung, ja. Im Weihnachtsmann. Und haben wir eine schöne Tradition, genau vor der Nacht, Nacht vor Weihnachten. Junge Menschen sangen zusammen und besucht Freunde, Verwandte, singen Kalyatki. Das ist Kalyatki, das war wirklich traditionelle Kalyatki, das ist kleine Weihnachtslieder und bekommt Geschenke. Das singen Kinder oder, ne, Jugendliche? Ja, Kinder auch. Kinder auch. Ja, und zum Beispiel, ähm, Röjdeztwo, Röjdeztwo, Christa Boženka, nie dadite Piraga, ja Karowu zaraga. Chusku, suu, parasnu. Das, wenn kurz erzählen, das ist... Das ist tübsche Weihnachtslied. Äh, nein, das ist Kalyatki. Okay. Nicht, äh, nicht Weihnachtslied, sondern das ist Kalyatki. Das, äh, wenn, kann man kurz übersetzen, das, äh, Weihnachten, Weihnachten, wenn gibt uns nicht, äh, Kuchen, dann machen wir etwas Schlechtes. Ja, das ärgern wir dann. Ja. Und, ja, das war... Dann kriegen auch Kinder Geschenke, wenn die diese Lieder singen. Ja, mehr Süßigkeiten als etwas Großes und Besonderes. Süßigkeiten und das ist perfekt. Müssen die jetzt, äh, immer Tür klingeln und singen, das war ein bisschen unklar. Kinder laufen und klingeln bei jeder Tür und singen diese Lieder. Nicht jede Tür, sondern, äh, Verwandte, Freunde, ja, Kinder und, äh, junge, junge Menschen, ja, das. Das macht auch Spaß. Älteren, das wartet auf und gibt Geschenke, ja. Aber, ja, das ist eine schöne Zeit. Ja, ich mag sehr Weihnachten, das ist etwas Besonderes. Etwas Besonderes. Und mich und meine Familie auch. Ja, welche besonderen drei Wörter für dich, äh, also, vermitteln sich für dich mit Weihnachten zusammen? Nur drei Wörter. Okay. Dann, erstens sage ich natürlich, weil, äh, eben, das ist, äh, Kirchen. Kirche. Kirche? Kirche, ja. Und, ähm, christliche Bedeutung. Ich glaube, dass für mich erst und dann Spaß und dann Familie. Also, Kirche, viel, viel zur Spaß. Also, Kirche, Spaß und Familie. Schön. Ja. Dann, ich, das licht schon mal ganz gut, hä? Das wirklich, Weihnachtatmosphäre. Ja, Weihnachtsplätzchen. Ich bedanke mich bei dir, Svetlana, dass du hier warst. Und ich möchte gerne mit ihr Oma weitermachen. Und ich freue mich auf ihr Omas Gespräch. Ich helfe ein bisschen. Ja. Dankeschön. Danke auch. Ja. Hallo, hallo, ihr Oma. Hallo, Herr Oma. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dich zu sehen. Und ich habe jetzt ein bisschen was mitgebracht. Schön. Was war das? Was eigentlich nicht zum Weihnachten gehören. Aber das ist immer ein leckeres Gebäck, das man am Tag der Weihnachten gelassen, draußen sitzen, am Tag der Weihnachten, zusammensetzen, unterhalten. Bei uns ist immer Weihnachten warm. Also sitzt man draußen, unterhalten sich und steckt immer ein Stück nach dem anderen im Mund. Okay. Und so verschwindet das langsam, langsam. Das ist so Teig, klein geschnitten und gebraten, oder? Das ist Teig, Butter, Mehl, Eier, Muskatnuss, ein bisschen Zimt und der wird in ein kleines Stück geschnitten und in Heißoil frittiert. Ah, schön. Und wie heißt dieses Gebäck? Aber die nennen wir die Chin Chin. Chin Chin. Ja. Heißt wie Chinesisch. Chin Chin. Schön. Dann fangen wir mal ab von Anfang. Wann feiert man in Nigeria Weihnachten? Welcher Tag? Also Weihnachten ist bei uns am 25. Dezember. Das ist auch ein Nationalfeiertag an diesem Tag. Also das heißt, die fangt immer mit der Kirche an. Also Weihnachten ist ja jedermann Sachen. Aber man, weil wir mehr oder weniger christlich sind, fängt man an mit der Kirche. Also man steht auf am 25. Dezember. Und? Und dann geht man alle zusammen in die Kirche. Und dann wird die normale Kirche gefeiert, gesungen, getanzt. Aha. Und danach, dann geht alle nach Hause. Und dann fangen wir an zum Kochen. Direkt am 25.? Direkt am 25. Genau. Also 24. wird nicht gefeiert. Also 24. ist ein ganz normales Tag. Und wie ist es mit Weihnachtsbaum? Dann kommen wir zum Kochen. Weihnachtsbaum haben wir nicht. Also habt ihr nicht? Haben wir nicht. Aber ich will jetzt teilen, weil, also jeder sieht das jetzt im Fernseher, wie diesen künstlichen Weihnachtsbaum gekauft. Habt ihr auch nicht? Aber ich als Kind hatten wir keinen Weihnachtsbaum zu Hause gehabt. Okay. Also meinen echten richtigen Weihnachtsbaum habe ich in Deutschland gesehen. Ja, schön. Und das ist ja die, was mir am meisten gefällt, den Weihnachtsbaum zu schmucken, weil die zu Hause nicht haben. Kinder mögen das? Ja, 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 sehr gerne. Das ist auch ein schönes Dekor, finde ich, auch zu Hause. Ja, ja, ja. Ja, dann fangt ihr zu kochen nach dem Küche. Ja, dann fangt ihr nach dem Küche zu kochen. Es gibt kein bestimmtes, es gibt kein Gericht, es gibt kein Ritual, es gibt kein Prozess. Jeder kocht, was die Familie am meisten schmeckt. Aber es gibt nur ein Essen, das wird an diesem Tag gekocht, das ist Reis. Reis. Reis, und dieser Reis wird in verschiedene Formen. Wir haben ein nigerianisches Reis, das wird Jallof, Jallof-Reis, das ist ja mit Tomatensauce, da haben wir die Coconut-Reis, die Fried-Reis. Also Reis aus verschiedene Suppen, Soße, was die Familie schmeckt. Also hauptgericht ist Reis am Weihnachten, auf dem Weihnachtersche. Sozusagen, ja, auf dem Weihnachtersche, also sagen wir so, jede Familie wird Reis kochen. Und dann noch was anderes, die ein besonderer mag. Und dann kommt auch alle Familienmitglieder zusammen? Äh, diese ganze Rituale, wie zusammengesessen, wie zusammengegessen, es gibt nicht. Es gibt, sondern anderes, was unsere Weihnachten besonders macht. Und das ist ja, dass alle nach Hause fahren am Weihnachten. Und das ist ja so, ähm, Weihnacht, wenn die Weihnacht in die Nähe rutscht, 20., 21., versuchen alle, die in die große Stadt wohnen, zurück am Dorf zu gehen. Fahre sie wieder zurück zur Familie. Und diese Erwartung, dass alle meine große Familie kommen, die ganze Onkel, die ganze Tante, Nichte, Neffe, wird erwartet. Das ist ja die Besonderheit für uns am Weihnachten. Es gibt keine Rituelle, Geschenk wird nicht versteckt. Nein, haben wir nicht. Sondern ich erwarte, dass meine Tante kommt, sie bringt mir Geschenk. Das weißt du, da ist kein Weihnachtsmann oder kein... Es gibt, wir haben keinen Weihnachtsmann, es gibt keine Weihnachts, ähm, Geschichte, es gibt kein Weihnachtsmann, es gibt kein christliches Kind. Er wird nicht gegenseitig beschenkt, sondern die Leute, die nach Hause kommen, bringen das Geschenk mit. Das weißt du, das... Meine Mama, das weiß ich genau. Und wird manchmal oder öfter gesprochen, was wünscht dir zum Weihnachten. Also manchmal steht das fest, ich weiß genau, was du zu mir bringt. Das wird auch dein Wunsch sein. Ja, das ist ja auf meine Wünsche, die gehen auf meine Wünsche ein und... Also die Geheimnisse vom christlichen Kind haben wir nicht. Und die Erwartung, dass alle nach Hause kommen und dass ich vom Haus nach Hause gehen kann. Es gibt keine Familienfeier, nein, haben wir nicht. Achso, ihr... Das heißt, ich kann... Er wird gekocht, nicht nur für die Familie, sondern ich koche, als ob ich Gäste erwarte. Ob ich ein Fest, weil jeder darf, jeder darf besuchen. Ohne vorher... Das heißt, du hast eine offene Tür. Ja, genau. Ganz genau. Und dann können oder dürfen alle kommen, wer will. Richtig. Das ist schön. Und dann wird vom Haus zum Haus, also wir gehen von Familie zu Familie und dann weiter. Ist das in einem bestimmten Zeitraum oder kann man den ganzen Tag... Das kann man den ganzen Tag machen, da zieht man auch über den 26. Auch weiter. Manchmal laufen auch diese festlichen Gefühle bis zum neues Jahr. Bis 31. Bis 31. Und dann wird so viele Feste gefeiert, diese Maskele, sieht wie Karneval aus. Jeden Tag tanzen, wird geschaut, wird wie... In der Stadt haben wir verschiedene Musik und jeder darf da hingehen und tanzen und zu gucken. Also diese ganzen Karnevalgefühle. Aber es gibt kein besonderes Ritual, was in der Familie passiert. Nee, das haben wir nicht. Und seit vielen Jahren feierst du Weihnachten auch in Deutschland. Genau. Welche Traditionen gefällt dir hier auch? Ich habe auch die vorher auch gefragt. Ja. Und welche sagst du ja? Es gefällt mir am meisten die Baumschmücken. Okay, die Weihnachtsbaum. Ja, weil die haben wir nicht zu Hause. Und als Kinder haben wir das immer im Fernsehen gesehen. Und die sieht immer wunderschön aus. Dann komme ich zum Deutschland. Ich wusste nicht, dass es gibt eigentlich diesen Baum. Das war für dich ein Traum? Genau. Also genau so wie der Schnee. War auch der Weihnachtsbaum ein Traum. Also genau, Schnee, dann hast du auch in Deutschland gesehen. Habe ich zum Deutschland das erste Mal erlebt. Das hatten wir nicht. Und den Baum mit den Kindern zu schmücken, diese Geschenkrituale, also richtig, dass meine Kinder glauben immer noch, es gibt Weihnachtsmarkt. Ja, das wollte ich fragen. Was glauben deine Kinder? Das hier, die Weihnachtsmarkt kommt immer Mittenakt und das Geschenk bringt. Dann machst du diese als, wie deutsche Tradition. Genau, also die Geschenke ist schon gepackt, im Keller versteckt. Schon. Und das ist ja am 23. Mittelnakt, hole ich die ganzen Geschenke mit meinem Mann raus. Wenn die Kinder schon geschlafen haben, holen wir die raus und verstecken die, wie die unter dem Baum. Weihnachtsbaum. Und wenn die Kinder am 24. aufstehen, heißt die Weihnachtsmarkt war schon Mittenakt. War nachts schon da. Ja, war schon da, genau. Wie immer konnte er nachts. Und dann genießen wir, wie die diese Glaube hatten, wie sie sich freuen. Das ist auch was Schönes, dass Kinder an sowas glauben. Wie wir uns gegenseitig beschenken. Was anderes war auch ja, backen. Ich backe auch gerne mit den Kindern. Wir backen sehr viel. Insbesondere in Weihnachtszeit wurde auch so viel Kitzel. Genau, Kitzel, wie du, gebacken, Butterkekse, was weiß ich. Alles was man backen kann. Alles was man die Rezepte online finden kann, backen wir gerne. Also wir probieren sehr viel. Dann hier feiert ihr mit, also wie in Deutschland feiert man Weihnachten. Ja, wir feiern das auch ja. Magst du auch deutsches Essen auch an Weihnachten? Nein, ich koche immer noch mein Reis. Also da bist du noch immer dabei. Ja, also was an Essen angeht, bleibe ich auch immer noch an mein Reis. Und unser afrikanisches Essen koche ich auch am Weihnachten gehen. Und dann ist auch Weihnachten für uns ein bisschen, sagen wir so, eher trocken. Weil wir sind nur da, haben wir keine Familie in Deutschland, also nur uns. Und an diesem Tag sind wir immer Deutschen ein bisschen streng, was den Besuch angeht. Man darf nicht besuchen, nur wenn man eingeladen wird. Und dann fühlen wir ein bisschen alleine am Weihnachtstag. Aber das ist nicht die Weihnacht, die wir kennen. Achso ja, weil du hast alles anderes gesehen, also das ist anders. In Nigeria ist die Straße voll am Weihnachten, in Deutschland ist die Straße leer am Weihnachten. Also genau umgekehrt. Sag mal jetzt auch drei Wörter, welche dich mit Weihnachten verbunden. Mit Liebe, mit Geborenheit, also zu Hause und Familie. Schön. Was alle haben Familie gesagt. Ja. Das ist auch schön. Ich bedanke mich auch bei dir. Dankeschön. Auch bei allen vier, dass ihr hier wart und so interessante Gespräche mit mir. Vielen Dank. Das hat sie ja lecker gebacken. Es schmeckt richtig gut hier. Dankeschön. Das riecht echt schön. Nun sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen für diesen Austausch, für ein nettes Gespräch. Und euch auch vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Liebe Zuschauer, wir vom ganzen Team angekommen, wünschen euch ruhige Adventszeit, frohes Weihnachten und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.